Und da sind sie am umzaubern. Ich zeige je was, ich hasse sie. Alles Kultisten. Da kam ja was raus. Scheiße, ist irgendwas. Ist ja wahr. Das ist wieder so ein weitläufiger Dungeon, wo du keine Ahnung hast, in welche Richtung eigentlich richtig ist. Er probt das Breitschwert. Ich hab mich jetzt schon verlaufen. Ja, ich laufe einfach kreuzen quer, wo ich noch nicht war, ne? Hm, frostige Tür. Ah, okay. Oh, ich hab gerade eine bezaubernde Wangerpumpe gefunden. Ach, sehr bezaubernd. Ach, ist die Scheiße. Bezaubernd scheiße. Da freu ich mich gleich total. Ja, das hat echt viel Spaß gemacht. Okay, hier gibt's ein Tagebuch. Das gibt uns zumindest Erfahrungspunkte, ne? Das eine übelwollende Wangerpumpe, sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Wir haben, glaube ich, so das ein oder andere Tagebuch übersehen. Na, vielleicht gibt's ja noch mehr. Oh, ja. Ja. Oh, ja. ja mann hier geht es ja voll vorwärts gehässige handarmbrust des verbundens okay naja ist eine nette armbrust wenn man sie benutzen kann ich glaube ich wechsle mal kurz meine stiefel doppelte anrüstung bis 8 intelligenz klingt ok meine anderen hatten irgendwie nur die geschwindigkeit aber ja ich hörte noch irgendwelche sachen so easy also langsam lichtet sich der dungeon da links waren wir noch doch da waren wir auch hier waren wir aber auch noch nicht ich wollte auch nur den toten untersuchen stachel fallschalter warum denn ja ich wollte eigentlich die zombies erwischen aber irgendwie ist er nicht vorbeigeflogen ok stufe 14 Lernen Papapapapapapa aktive Fertigkeiten kategorie Eisrüstung Fertigkeit zauber das klingt nett das werde ich mir gleich mal bei Gelegenheit angucken nachdem ihr alle der Vernichtung anheim gefallen seid Mir fehlen noch 600, 700. Oh, mein Hauptangriff, also mein magisches Geschoss, mein ursprünglicher, habe ich eine Rune erhalten. Oh. Könnte ich das zumindest mal testen, mal wieder, statt dem Blitz, ne? Okay. Und Diamanthaut, neue Fertigkeit und siehst mal, Kristallhülle erhöht maximale Absorbationsmenge. Okay, auch gut. Hört sich doch gut an. Und neue Fertigkeit, Beschwörung, Eisrüstung, schützt euch mit einer Eisbarriere, die Angreifer bewegungsunfähig macht. Mhm. Dann habe ich ja zwei Rüstungszauber. Ist ja fatal. Zwei Rüstungszauber, aber ich kann immer nur einer aktiv sein, ne? Ja, soweit ich weiß. Ja, ich glaube, das stand da sogar eben. Das wird ja dann, ne, ausgetauscht. Ja gut, ist der eine leer und ist am Aufladen, kann ich den anderen benutzen. Ist doch ganz okay. Habe ich sozusagen immer was zum Überbrücken, wenn ich irgendwo mit einem Pulk stehe. Ja. Doch, doch, Geld nehme ich mit. Aber hier gibt es keine Kronleuchter mehr. Aber immerhin diese Feuerfallen-Dinger. Oh, 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 da ist ja noch was hier. Ein Köcher, den ich noch nicht eingesammelt habe. Oh. Oh, ich stelle gerade fest, ich habe ja gar keine Hunde mehr. Was geht? Was geht? Wow. Oh. Das ist, äh, scheiße ist das. Das ist voll Indianer-Jones-mäßig hier. Mal gucken. Oh, der ist auch nicht so schlecht, der Angriff. Muss mal testen. Weiter. Feier. Ba, ba, ba. Ich bin gerade abgelenkt von denen, die da unten rumdüseln, weißt du? Ja. Yes. Was jetzt? Ähm, Stufe 15. Oh yeah. Was haben die immer alle gegen meine Hundis? Ich verstehe das nicht. Tja, nicht jeder mag Hunde. Aber, die tun doch kaum was. Kaum was. Knabbern vielleicht ein bisschen, ja mein Gott. Irgendwas ist ja immer... Na ja, ich meine, man kann ja nicht alles haben, ne? Ähm, gab's eigentlich irgendwas? Fertigkeiten? Oh, Sekundär. Umklammerung des Todes hat jetzt Tasten der Aale. Erhüllt den Schaden von umklammernden Toten. Sehr schön. Und was gab's noch bei Opfer? Seelenernte. Gewinn für jeden... Was? Gewinn für jeden geernteten Gegner Mana. Ähm, okay. Wie der geerntete Gegner. Ich ernte dich. Halt sich komisch an. Ne, ich lass mal meine Hundis zum Explodieren da. Guck mal, dieses Frosting hab ich permanent. Guck mal, ich zieh ja so Schneeflöckchen hinter mir her. Wie süß, er läuft auf Wölkchen. Ja. Halle der Agonie, aber nur für unsere Feinde. Ja, und ich friere auch fleißig ein, wenn sie was von mir wollen. Ach, jetzt hab ich ganz vergessen, das auszuprobieren. Hm. Gunst. Ich lauf jetzt mal am Kreis. Das hört sich so an, als er das zu Gegner gefunden. Ich weiß nicht, wo man da ist. Oh, was magisches. Was ist denn? Gunkler Berserker. Oh, Ring des Löwen. Er gibt bestimmt Stärke. Ich hab... Plus sieben Stärke. Ich hab fiese Arschlöcher gefunden. Du hast fiese Arschlöcher gefunden. Ja. Ah, ich verstehe, was du meinst. Ja, doch. Oh, was ist das denn? Kurzsperr des Sternenlichts. Klingt ja mysterious. Was hab ich denn hier? Magischer Schulterschutz. Plus neun Stärke, sechs Prozent bessere Chance. Ach nee, ich hab bei dem anderen Intelligenz. Oh, es gibt für Mönche magische Kraftsteine. Okay. Textoenergen oder was? Jo. Mit Orangengeschmack. Minimum mit Orang. Meisterlicher... Was? Meisterlicher versteineter Stamm für den Barbaren. Okay. Ach, diese Waffenstände sind immer nur Bock, Mist. Ja, meistens minderwertig. Ja, so grauer Kram oder so. Yeah. Massenvernichtung. Du hast halt eine leicht brutale Ader. Das ist Grundvoraussetzung, um dieses Spiel zu spielen. Echt? Ja. Das ist eine der Systemanforderungen. Oh! 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 Was denn? Ich hab ne Tür aufgemacht. Ich hätt's mal bleiben lassen sollen. Okay, ich bin auch grad hier, äh, voll dabei. War's so schlimm? Es ist immer noch. Also, ich hab hier ne Kiste gefunden, wo eine lindernde Stammesmaske drin war. Und vielleicht ist auch noch was drin in dieser Kiste für dich. Ich bin unterwegs. Ja, das mag ja auch alles sein, aber, ne? Ach, du bist ein Schatz. Dankeschön. Also, Damage-Dealer kann man wirklich sagen über das Vieh, ja? Definitiv. Eigentlich sind die Magier doch gar nicht so. Oder das... Könnt natürlich an meiner Skill-Auswahl liegen, ne? Ähm, das ist möglich, ja. Ich meine, hier war irgendwo ne Kiste. Äh, Ledermanschetten. Abenteuerliche, sehr schön. Oh, ich hab das für eine Stammesmaske gefunden. 34 Rüstung, Heilkugeln, Gewehren, 25 Leben. Naja. Hm, nö. Kein Interesse. Unterdessen vergessen die Herren von der Presse. Ich hab kein Interesse am Gespräch, während ich esse. Du bist doch nicht schon wieder am Essen. Nein. Nein. Das letzte Mal hab ich gegessen um halb sieben. Ach, guck mal, ein Wegpunkt. Hat sich ja gelohnt hier. Oh, abenteuerlicher Kriegergürtel. Auch magisch. Ähm, also ich hab, ähm, noch einen Platz frei. Ich hab noch mehr, aber wenn du willst, können wir auch den Wegpunkt mal benutzen. Dann ist wieder leer. Ich husch mal kurz. Ja, dann mag ich das auch grad. Heute hab ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Ja, 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 ja. So. Reparatur. Oh ja, doch ein bisschen. Rest einschmelzen. Oh, was soll man denn so? Baba. Dämonenjäger. Dämonenjäger. Was soll man denn so? Oh, was soll man denn so? Oh, naja, machen wir doch mal einmal Ausbildung. Oh, naja, machen wir doch mal einmal Ausbildung. Zeremonienmesser könnte ich ihn nicht. Ich kann ein 21er Zeremonienmesser bauen. Okay. Für den Hexendoktor. Ich kann für einen Barbaren eine mächtige Waffe.